Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolos Big Pack. Ja, ich habe den Special Fact jetzt erstmal draußen gelassen, weil so sind die jetzt gerade stabiler. Obwohl sie immer noch im Keller sind, aber egal. So, die Pfeilköpfe sind gegossen. Alle sind hier raus. Oh, ich habe schon mal was zurecht gelegt hier soweit. So, jetzt haben wir gerade mal auf einen Schlag 12-6 Pfeile bekommen. Du bekommst wirklich pro Craften ein Stack Pfeile. Was? Ja. Wo ist der Sinn? Und ich muss immer irgendwie schauen, wie das geht, weil... Hä? Kann ich nicht verschießen. Das ist blöd. Vielleicht kannst du wirklich nur welche von der gleichen Sorte, aus der der Bogen gemacht ist, verschießen. Das wäre jetzt was blöd. Ich wollte jetzt mal gerade... Wir sind zu viel Pfeile. Hm? Wir sind zu viel Pfeile gemacht, oder? Ah. Die Hunde ist echt hoch. Ja, ich habe jetzt hier... So ein Enderium-Crossbrone, was ich... Oder... Warte mal... Der ist jetzt von welchem Mod? Das ist jetzt auch den Custom Struct. Oder gibt es hier... Okay. Jobs verstanden. Die werden aus Bolzen gemacht. Okay. Okay, das heißt ich dachte jetzt... Ah, super. Joho... Das ist jetzt... Ah... Kann man die dann wenigstens schon sofort verschießen? Ähm... Ja, komm dann... Gut. Wir haben auch einen Flint Toolbox dafür. Also wenn du einen Bogen brauchst, ich habe so ein paar Pfeile, ne? Okay. Aber es passt schon überhaupt kein Bogen. Ähm... Ja, du weißt, wie ich das gerade meinte, ne? Ja. Und die Pfeile sind noch nicht ohne, die machen Hilfe Tag-Dimage. Gut. Dann habe ich wieder richtig schöne Ressourcen verschwendet. Ich bin hier mittlerweile gut drin. Gut. So. Eins, zwei, drei. Ja. So muss das. Ich hole jetzt mal 36 raus. Statt ähm... Wie ich es eigentlich vor hatte, nur neun. So. Einmal neue davon. Dann holen wir jetzt hier so Gravel raus und craften uns einfach Flint. Dann... Ah ne, für ein Tool was muss man... Warten wir bis das hier einmal durchgeschrieben. Obwohl wir können... Dann... Neuuu. Mann, das ändert mich jetzt ja gerade ein bisschen. In den Kommentaren haben sie sich das... Oder während des Zuschauers haben sie sich schon ausgelacht. Oh, schau mal wie blöd der ist. Das mache ich schon keine Angst. Ja. Hm. Ähm... Warten wir hier schon das Quaft hier jetzt. Foulknife, Javelin, Arrows... Ich bin auch überlegen, ob ich jetzt wirklich schon einfach noch gerade auch noch um die Pfeile nicht zu verschwenden so einen Bogen machen soll. Ja, Verspendung wäre es keine. Ah, ich warte jetzt erstmal. Ich mache jetzt erstmal hier die Bolzen. Und wenn es dann doch irgendwie noch ein bisschen doof gelaufen ist... Ja, könnte es nicht machen. Jo, gut. Komm. Signal Nummer ist fertig. Warte mal, habe ich hier noch drin? Äh, wie dann? Sieben. Ich glaube, ich muss doch noch Fühnerjagd gehen. Aber ich habe auf jeden Fall außerhalb der Aufnahmen. Da kannst du ja lang suchen. Wieso? Fühner sind ziemlich selten geworden. Naja, ich bin dann im Gegenteil, dann können wir jetzt hier noch zwölf rum. Okay. Ein Flint. Cool, what? Hä? Moment, irgendwie stimmt, wir wissen gerade so... Das sind doch... Ich muss dann auch nochmal die über... Mhm. Okay, dann stimmt alles. Ja, gut. Dann können wir das mal wieder durchmelzen lassen. Heute ist jetzt immer wieder alles schief, was schief hingehen kann. Passiert halt mal. Mhm. Heute ist echt wieder gut. Okay. Sind hier irgendwo die Bolzen angezeigt? Oder die... Nee, die kann durchschnuppen. Doch, hier. Okay, wir brauchen halt diesen... Okay, wir brauchen diesen Kern und dieses Fletching. Fletching haben wir. So... Ah, hier steht es auch. Ich glaube, da kommen auch so genug Bolzen aus und so teuer ist das ja auch nicht. Ich meine, Redstone kriegst du ja auch, 10 hoch 12, 12, die Enrichment Chamber. Ich meine, ich hab 70 Stacks. 70 Stacks Redstone? Ja. Alter. Was? Dann träume ich. Hast du so wenig? Nee, ich hab keinen Silk Touch. Mein Hammer. Ja, mach doch mal. Na ja. Dann hab ich den ganzen Cleanstones. Und? Na ja, ich brauch keine Cleanstones. Ich brauch noch Cobblestones. Ähm... Igneos? Nein. Wieso? Da hab ich immer noch genug Cleanstones. Trashcan? Was ist los mit dir? Bist du voll? Nein. Ich will alles... Alles behalten. Das bedeutet halt auch die ganzen Cobblestones. Okay. Weißt du was? Ich komm mal gleich mal auf mein Lieblingsprojekt. Hashtag ähm... Oben machen wir mal ne schöne neue Cleanstones... äh... Cobblestone-Maschine. Aber auch da mal wirklich... Extended. Diesmal rasten wir wirklich aus. So, kriegen wir die letzten Barren jetzt auch nochmal? Machst du mal? Hauptsache ich hab jetzt wirklich durch diesen Windpark erstmal überhaupt keine Stromprobleme mehr. Oh ja. Ey, ohne Witz. Die Capacitor Bank ist dauerhaft voll. Also halt standardmäßig diese Pfirsiche-Left, die ihr ausgibt, aber... Aber ist standardmäßig voll. Das reicht. Ja. Weil der wirklich auch mehr reinkommt, als rausgeht. Gut, dann gehen wir gleich mal... Wenn die Bolzen fertig sind, schauen, was der Kratz die so drüben macht. Gut. Müssen die mir auch nochmal einen, der die Fresse schließen? Los nicht. Hat da jemand an uns? Okay. Webchen ein bisschen über... Da ist mir auch mal boden... ...losen... ...abgrund. Worüber haben wir ja heute... ...eben noch gesprochen, dass heute irgendwie alles schief geht? Vergiss das. Ich hab eben statt... ...zwölf Toolworks zwölf... ...signalen muss über... ...Sword Blades gemacht. Ja gut. Aber ich fällts jetzt auch wirklich schnell wieder ein. Aber... ...wann lass das einfach abgießen. Okay, da ist echt noch ein Bug bei den Bolzen. Da wird bei jedem Material Algonang gezeigt. Kann man ja vielleicht mal Tobi Bescheid sagen. Ja gut. So, jetzt einmal kurz... ...kurz warten. Wartezeiten Überbrückungsmelodie. Ah, da gibt es auch noch was Neues. Jut. Hättest du eigentlich noch Lust beim... ...Nitrado Sommer Event mitzumachen? Eher nicht. Schade. Hauptsache ich glaub da wirklich einfach mal nur... ...irgend über die erste Folge... Ähm... Äh? 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 Okay... Das ist... ...strange... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube ich habe gerade das Signal ver...mehrt, was Zeich da rein getan hatte. Bugusing! Sogar ungewollt. Jaaa... Ne, das wusste ich jetzt echt nicht. Ich hatte ja aus Versehen die Swordplates gemacht. Und das waren 12 Stück und aus den 12 habe ich jetzt irgendwie... Mehr... irgendwie so um die 20 rausbekommen. Ne, 21 sogar. Oder ist das hier? Die sind 21 geworden. Ah ne, vergiss es, ich war einfach nur dumm. Die Tools brauchen ja einen halben Barren. So und einmal Sagi. Wie viel haben wir jetzt hier drin? Müssen 15 sein. Dann den mal. Danke. Gut, 15 Stück. Das muss jetzt hier übergossen werden. Und dann musst du da... Jawohl, daraus wird dann hier der Signal um Gold. Sehr schön. Mich zu verwechseln mit Usain Bolt. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Also du hast es nicht mitbekommen, ne? Irgendwas mit Gold. Okay. Okay. So hören kann er auch nicht. Auch gesagt, jetzt haben wir hier die Signal um Gold. Nicht zu verwechseln mit Usain Bolt. Ernsthaft? Ja. Oh, Dominik. Das frage ich mein voller Ernst. Oh nein, nicht mein Detlef. Ich bin Kopfweh. Das tut so gut. Die meisten Leute denken von mir, tiefer kann es nicht mehr gehen. Und ich verweise es immer wieder aufschrei, dass es geht. Leider. Diese Leider. Ganz ehrlich. Du würdest es nicht mehr hören würdest. Du würdest es vermissen. Nö. Dann könnte es sich nochmal mit dir unterhalten. Ernsthaft? Das ist langweilig. Ja. Wir müssen noch einmal... Wir müssen noch einmal drüber sprechen. Du wolltest noch einmal bei mir vorbeikommen, ne? Irgendwann mal. Wenn du noch nie wieder Gamescom ist. Ne, wir haben jetzt auch... Also bei mir sind ja bald schon wieder Herzferien. Ja. Na gut. Kann man von mir... Mal bei mir schauen, wie es bei mir läuft. Ja, können wir ja gleich mal drüber reden irgendwie. Jo. Oder... Kann man irgendwie mal machen, ob man bei dir rüberkommt. Oder sagen dann deinen Eltern, äh, ich komm dir einen Kockenarsch. Oder ich klau mir einfach das Auto und fahr weg. Ja gut. So kannst du auch machen. Da haben sie wahrscheinlich nichts dagegen. Ich hab jetzt ja gerade was auf meinem Schreibtisch gefunden. Landwirtschafts-Norator 2014. Alle 7. Stand C11. Hör mir auf damit. Hm. Hab ich dir schon erzählt. Die gleichen DLCs vom letzten Jahr gab es dieses Jahr auch wieder. Echt jetzt? Ja. Weiß wie viel wir irgendwie bekommen haben? Wie viel? 12. Alter. Ey. Kumpel von mir hat dir ohne Scheiß auf Ebay verkauft. Frag mal wie viel der bekommen hat. 2 Euro? 72. Was? Ja, der hat jetzt einfach so ein Paket gehabt, dann hat er seine ohne Scheiß für 72 hochgeboten. Alter. Oh, haben wir das nicht gemacht? Ich hoffe wir nicht auch bekommen sind. Gut. Hm. Passiert. Okay. Es ist jetzt bereits fertig. Der letzte Bolzen wird jetzt gegossen. Alter. Zwei Folgen um Cosco und Pfeile zu machen. Neuer Rekord. It happens. Okay. Toolwort. Bolzen. Oh. Okay. Jetzt hab ich so ein paar Stacks von den Bolzen. So und jetzt bitte bitte bitte. Jawoll. Das geht. Christian, wo bist du? Immer noch bringen wir zu Hause. Hallo Kato. Ja, wir versuchen jetzt nicht, dass du tot. Er hat doch nur noch ein halbes Herz oder so, oder? Eins. Armer Kato. Ähm. Ähm. Jetzt kann ich mir überlegen, was wir jetzt machen. Hm. Weil der jetzt rüber zu kommen wird, könnte der ja noch ein bisschen problematisch werden. Du stirbst? Ich könnte natürlich mal kurz eine Plattform hinbauen, dass du mal kurz hierher kommen kannst. Aber das wäre mir ein bisschen so unsicher. Wieso? Ich könnte jetzt sagen, die Plattform ist schon da, aber... Hm. Wurde, ich denke, ich habe mich abgehört, aber... Ich hab's gerade schon gemerkt. Was liegt hier rum? Und dann merke ich... Scheiße. Alter, ich hatte zwei Herzen hoch. Was? Boah. Hohoho. Boah. Alter. Und das war ein Hedge-Load. Ah, mir gefällt's. Mir nicht. Der ist hier. Ja, du hast schon dicke Felder hier aufgebaut. Faustifarm, ja. Faustifarm ist ja eigentlich, wenn wir auch mal anfangen. Aber ich habe auch keinen Appetite. Verbrauchst du ein bisschen was? Wenn vielleicht... Also wenn du zu viel hast, dann nimm es gerne. Mal schauen, wo es drin ist. Ja. Schau mal hin unter der Küste. Die du auch gemacht hast? Ja. Ich nehme mir mal sowas aus, ne? Ja. Ja, ich denke mal... Ich hoffe, es reicht da noch. Alter, das war auch einiger Herzen hier. Ja. Und da oben halt noch der Rest. Warte, du hast noch sieben Dias gefunden? Ähm... Ja. In den vier Trunks habe ich sieben Dias gefunden. Wow, das ist unglaublich. Naja. Ich hätte mit mehr gerechnet. Irgendwie ja... Schau mal kurz hier runter. Bisschen zu viel Kupfer. Ja. Wenn du mal Hilfe brauchst, hier den Rest abzubauen, sagst du gescheit, ne? Ne, ne. Das ist jetzt eigentlich noch nicht. Aber ist schon lustig. Christian, dreh dich mal. Weeeee. Ich stehe ganz kurz davor, ne? Ich würde es nicht versuchen, ne? Ne. Schau mal, was ich gerade an der Hand halte. Bogen. Oh, der Cosmo ist geil. Der sind Zombies. Scheiße. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Jo. Hab ich's getroffen? Äh, ich bin nicht mehr unten. Du bist. Ich bin weg. Ja gut, wenn du weg bist, dann kann ich jetzt dein Pferd klauen und deine Felder zerstören, ne? Ne, ne. Lass mal ruhig da. Ehe dich nur. Immer noch. Wie ! Und warum ... lefst du meinen Pferd? Hahaha. Was bist du denn da hier am Bauen? Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. frag mal wo ich wieder bin bei mir in seinem haus ja meine frage ich glaube es wäre nicht möglich nötig gewesen also in dem bett zu schlafen oder stehen zu lassen ich habe in dem bett geschlafen das direkt da steht ich habe schon mal die ergebungen warum ich dauernd missing habe weiß ich er ist aus versehen entstanden oder ja nicht stoppern mal nähen jetzt hätten wir sondern ich wollte mir später noch ein culinary generator machen die hart methode oder weiß ich noch nicht das ist eine erzvertreifachung da stelle ich nur das hydrogen chlorid her wo hast du den rest davon noch nicht da kommt das eigentlich nicht wirklich viel also ich sag mal so das was alles jetzt diese 2400 was da entstanden ist warum verarbeitet das nicht also weil das heißt also hier oben er ist alles wegen versteckt und kompliziert vorsicht mal aus es wird noch alles verändert ja gut ich würde sagen das ist ein geiler das ist ein geiler packen was schauen in den unteren ofen wie viel strom da drin ist in den fernst generator in den untersten ja ja gut ne was ja gut ich glaub da kannst du mal was abgeben oder ey sorry davon muss ich aber gerade die gruppe im bild schicken infinite power alter das ist ein geiler pack ne ja gefällt mir wie schnell das einfach steigt und das lustige ist das geht nicht weg ne äh lol also ich habe keine ahnung wie ich das geschafft habe aber ich habe es geschafft ich will es auch haben ich brauche schrom ja gut also ich kenne hier nur unendlich power einfach mal so ein kabel im kreis legen und irgendwo eine batterie dran schießen aber so kann man auch nicht mit dem power machen ja gut ich würde sagen den tod hast du dann doch verdient du ehlender hacker ja ja danke bitte was baust du da oben gerade an? gar nix warum baust du mich zu? hab ich gar nicht eigentlich seh's nur Hedi? äh äh ja ok mach mal anders Hedi? hab mal ich fand wohl ein tollleit ne ja das heißt du hast mir mit deinem boven 10 herzen abgezogen oh oh ich seh's gerade Signal im Bolzen Maximum Damage 25,7 ah gut ja you ne ey 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 man ich kann grad nicht mehr ja würdest du sagen das war eine geile Folge ja ich hab dich zweimal ne einmal hab ich dich getötet ne keine ahnung äh zweimal zweimal? ne einmal einmal nur ähm einmal bist du gestorben ja einmal bist du gestorben Moment dann hol ich jetzt mein Tier raus nicht schon wieder du wärst Run-Hit ne ich weiß ich weiß das ist jetzt blöde aber ob ich jetzt Christa noch Kriege das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge ich würd sagen wenn ich war es jetzt echt wert er hab grad mal grad mal zum Kratzen verloren warte mal hier ist ein Zombie in Rüstung jetzt alter hab ich dieses Schweißschwein grad erschrocken willst es wirklich drauf anlegen? den Kampf gewinne ich siehst du sei voll Abse wow Wow! Skill! Ey, mit Bogenhüften unfair! Ja, ok, ich komm runter. Ja, ich hab schon mal alles. Ne, ne, ich würde sonst auf die Flüsse ran. Wollen wir mal ein ersthaftes Battle machen? Ohne Bogen? Nein! Ich bin trotzdem One-Hit! Ja! Deswegen ja! Wo ist dann bitte das Battle? Na ja, ich sag dir das mal. Nein! Alter! Das war das Battle! Ey, Christian? Nein! Haha, du bist an Fluffy Unicorn 2.0 gestorben! Machst du das schon das zweite Mal? Ey, cool, ich hab Erfahrung bekommen. Ich hab mein Level. Weißt du, dass ich Level 36 hatte? Ja. Und es dir geben wollte? Ja. Ja. Äh, das war dir. Da, 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 da. Ah nein, du musst mich ja dauerhaft töten. Ja, wie gut bei der Zeit, ne? Nein! Und das gehört von dir. Ja, da kriegst du mal ne Entschädigung für. Oh, da oben ist noch Shiny, wenn du das nicht brauchst, nämlich das. Nein, 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 ich hab's noch. Und das brauche ich. Ja, okay. Enderium? Ja. Ja, gut, aber jetzt haben wir schon ordentlich verzogen. Wir sind schon 28 Minuten. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, mit den Toren von Christian, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, andere kommen Kritik. Ah, das sind die Kommentare. In diesem Sinne würde ich schon sagen. Hasta la vista. Adieu. Au revoir. Etc. Und bis bald. Tschüss.